Hallo, ich bin BlackDogIP und willkommen bei meinem Unboxing von LittleBigPlanet für die PS Vita. Ja, dann würde ich mal sagen, wir packen das Spiel mal aus einer Folie heraus. Ja, gerade hier ist sie etwa. So, bisschen entfernen hier. So, da war auch die Packung schon entfernt. Und öffnen das mal. Ja, hier, da sehen wir ein Gutschein. Dann gibt diesen Network Pass Gutschein-Code ein, um die Online-Funktion dieses Produkts freizuschalten. Ja, diesen Gutschein-Code werde ich jetzt nicht zeigen, weil ich den selber noch benutzen will. Den packen wir mal kurz weg. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Da sind die Nutzungsbedingungen des Gutschein-Codes. Ja, dann können wir das ja mal, äh, ja, dann packen wir das aus. Und dann sieht das so aus. Das sieht man jetzt nicht so gut. Aber von Weitem her kennen wir es ja. So sieht das PS-Vita-Spiel aus. Und können das dann mal in die PS-Vita rein tun. Dafür muss ich erstmal ein anderes Spiel entfernen. Hier in der PS-Vita. Da ist nämlich schon eins drin. Ja, das ist ein anderes Spiel. Und dann packen wir mal das rein. Und, ja, dann, ähm, sehen wir das hier auch gleich. Die PS-Vita. Mh, dann machen wir hier mal, ähm, weg. Und dann sehen wir auch schon, der installiert gerade LittleBigPlanet. Ja, das ist jetzt nicht so gut zu erkennen. Vielleicht kann man das jetzt noch ein bisschen... Äh, ne. Ja, das mit dem Zoom ist aber so ein Problem. Aber es geht auch so. Äh, ja, dann sehen wir hier LittleBigPlanet. Gehen da mal rauf. Und starten das auch gleich mal. Ja, das mit dem Raum. Äh, hier steht, es ist eine neue Version der Anwendungen für... Äh, Update. Ach, dann müssen wir kurz warten. Ob man dann Update machen muss. Die Fantasie-Sphere. Eine ungreifbare Aura, die die Erde umgibt. Und jede Idee deines genialen Verstandes aufsorgt. Diese traumhafte Welt ist unser glücklicher Ort. Sie ist perfekt. Lass sie uns verändern. Jetzt kommst du. Lass deine eigene Persönlichkeit mit einfließen. Deine Gedanken und Träume, dein ungehindert strömendes Bewusstsein und deine Kreativität. Eben alles, was wir an dir lieben. Falls je ein Meisterwerk durch einen einzigen Pinselstrich verbessert werden konnte, dann bist du in dieser Pinsel. Ja, mein Hut stört hier gerade. Ist LittleBigPlanet. Deswegen hab ich grad so gewackelt. Aber geil. Nebensächlich. Willkommen bei LittleBigPlanet. Siehst du diese kleine Sektigur, die da steht? Ja? So, dann sieht man mal, wie der hier so läuft. Und dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Unboxing. Wir sehen uns im nächsten Unboxing oder Let's Play. Bis dann, tschau.